Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren X2 Utilities 2 Tutorial und zwar in dieser Episode schauen wir uns mal den Angel Block an. Gecraftet wird er folgendermaßen wir brauchen ein Gold Ingot, wir brauchen ein Obsidian und wir brauchen zwei Federn und folgendes können wir mit dem Angel Block realisieren. Wir können einmal hier etwas in die Luft aufsteigen in unserer kleinen flachen Minecraft Welt und mit Hilfe des Angel Blocks können wir einfach einen Block setzen. Zack und da ist er. Das heißt wir können hier hoch, das heißt wir sind jetzt auf Höhe von 105 und haben einfach einen Block gesetzt ohne dass da irgendwie noch etwas auf jeden Fall dazwischen ist. Das ist der Angel Block und das ist die Funktionalität halt auch schon. Hat auf jeden Fall der Sinn dahinter ist ganz einfach wenn man jetzt meinetwegen wirklich halt unsere Distanzen halt ohne irgendwie Blöcke oder Luft halt im Grunde genommen überwinden möchte meinetwegen zum Beispiel halt Richtung einer Windmühle zum Beispiel könnte man das hier diesen Angel Block zum Beispiel ganz ganz gut auf jeden Fall nutzen. Oder man könnte jetzt hier oben eine kleine Basis aufbauen, je nachdem wie man das halt natürlich haben möchte. Ja das war der Angel Block. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.